Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, nicht wundern, im Hintergrund sieht es ein bisschen chaotisch aus. Ich bin gerade das Video am Bearbeiten und zwar, es geht um das Training bei Wischheim, Bülisheim, dritte Mannschaft. Wie trainieren wir? Wir haben jetzt am Sonntag das erste Pflichtspiel und ja, ist schon teilweise intensiv, macht richtig Bock, wollen auf jeden Fall was erreichen, sind alle ehrgeizig und dann nehme ich euch mal mit, wie es so abläuft bei Wischheim in der Woche beim Training. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal. 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 Hopp. 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 Skala 1 bis 10, wie gefällt es dir in Wischheim? Ja, das ist eine Elf. Ja, das ist eine Elf. Zwölf. Ein Wischheim? Eine Elf. Ich würde sagen so 8, 8,5. Ein bisschen muss man abziehen, das geht halt immer noch besser. Mehr muss man nicht mehr. Mehr muss man nicht sagen. Ja, komm, trink mal alle was, dann geht's langsam los. Ja, das ist eine Elf. Ja, das ist ein Elf.